Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren in stürmischen Zeiten. Ich begrüsse Sie sehr herzlich zu einer weiteren Folge unserer mittlerweile grenzübergreifend erfolgreichen und vielbeachteten Serie Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgerli. Und heute sind wir in einem Prachtsaal in der Altstadt von Zürich und wir sprechen über eine der vielleicht glorreichsten Stunden der Schweizer Geschichte. Also bleiben Sie unbedingt bis ganz zum Schluss dran. Lieber Christoph, wo sind wir hier? Lüfte bitte das Geheimnis. Guten Morgen, wir befinden uns im Zunftsaal, der Zunft zur Schmieden in Zürich, Ecke Rindermarkt-Marktgasse. Es ist eine der 13 historischen Zünfte und der Zunftsaal besonders prächtig. Spät gotisch, die Decke von 1520 mit sehr schönen Motiven aus der Weltchronik von Hartmut Schädel. Und das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes. Wo soll ich die Kamera hinzeigen, lieber Christoph? Wo ist die prächtigste Ecke dieser prächtigen Decke? Am besten einfach Richtung Decke. Man sieht dann verschiedene Motive zwischen den Stäben. Das sind Pabelwesen, wie sie eben in dieser Weltchronik vorkommen. Es sollen Menschen sein, die ganz am Rande der Welt leben und die sehen natürlich dann etwas anders, nämlich fantastisch aus. Wunderschön, wir haben das in vollen Zügen genossen. Und jetzt sprechen wir ja heute nicht über das Zunftwesen, das Zürcher Zunftwesen, wobei das auch ein sehr interessantes Thema wäre. Du hast ein anderes Thema ausgesucht und dieser Saal war der Schauplatz einer Sternstunde der Schweizer Geschichte. Worum geht es? Das kann man so sagen und es ist gar nicht sehr bekannt. Wir befinden uns eigentlich auf dem Rütli der Schweizerischen Anbauschlacht. Hier in diesem Saal wurde der Plan Wahlen im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Es war am 15. November 1940, als der Agronom Friedrich Traugott-Wahlen hier in diesem Saal vor der Gesellschaft Schweizerischer Landwirte sein Konzept einer Anbauschlacht, einer Autarkie, einer Selbstversorgung im Krieg entwickelte. Wir haben dieses Thema ausgesucht, weil natürlich die Zeitumstände geradezu danach rufen. Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben Wirtschaftssanktionen, wir haben einen brutalen Bruch des Völkerrechts und es zeichnen sich am Horizont auch Versorgungsprobleme ab. Russland gehört zu den ganz grossen Getreideexportoren der Welt und der Getreidepreis explodiert gerade. Auch andere Rohstoffpreise ziehen sehr, sehr stark an und das gibt der heutigen Sendung eine zusätzliche dramatische Note. Kannst du, lieber Christoph, nochmal die Zeitumstände erklären, in denen dieses Treffen hier im Zunftsaal stattfand? Du hast bereits das Datum erwähnt, wir befinden uns am Ende des Jahres 1940. Was war da in der Schweiz los? 1940 ist natürlich ein Schicksalsjahr. Die Schweiz ist umzingelt von den Achsenmächten, vom faschistischen Italien, vom nationalsozialistischen Deutschland. Frankreich liegt am Boden, ist erobert und die Zufuhr stockt. Man weiss nicht mehr richtig, wie man das Vier-Millionen-Volk und fast 300'000 Flüchtlinge, dürfen wir auch nicht vergessen, ernähren soll. Und hier hat Friedrich Traugott-Wahlen in dieser sehr ernsten Stunde einen unglaublichen Plan entwickelt, vor dem er eigentlich selber etwas Angst hatte. Friedrich Traugott-Wahlen, der ja dann eine ganz grosse Karriere machen sollte, auch aufgrund dieser Anbauschlacht als Bundesrat, als Ständerat. Wer war dieser Friedrich Traugott-Wahlen und wie ist er auf die Idee gekommen, hier diese Anbauschlacht zu präsentieren? Friedrich Traugott-Wahlen war ein Emmentaler, Sohn eines Lehrers und Predigers. Ihn hat aber die Landwirtschaft interessiert, obwohl er zeitlebens sehr gläubig blieb und sich auch viel mit Verantwortung und Gewissen beschäftigt hat. Er hat dann aber acht Jahre in Kanada verbracht als Agronom, wurde hier Direktor der Eidgenössischen Versuchsanstalt für Pflanzenbau, Zürich-Örlikon. Seine politische Karriere war noch bescheiden, er war Mitglied der Schulpflege Örlikon für die BGB, heute SVP. Und der ganz grosse Schritt zur Popularität gelang ihm hier in diesem Saal am 15. November 1940. War die Schweiz damals schon am hungern? Hatte man echte Versorgungsprobleme oder zeichnete sich das erst ab? Wie kam es zu diesem Treffen? Warum ausgerechnet Friedrich Traugott-Wahlen als Hauptfigur? Die Importe der Nahrungsmittel, aber auch die sonstigen Importe sind dramatisch zusammengebrochen damals. Man war natürlich froh, dass die Achsenmächte dank Verhandlungen, die recht umsichtig geführt wurden, die Sachen überhaupt durchliessen. Der Hafen von Genua spielte eine grosse Rolle. Aber man wusste, die Wehrmänner beispielsweise sind nicht bei der Sache, wenn sie befürchten müssen, dass die Kinder und die Frauen zu Hause hungern. Also es war dringend nötig, dass man die Ernährung sicherstellen konnte. Eine visionäre Sitzung in dem Sinn, dass man ein wichtiges Problem lösen musste. Warum wurde Friedrich Traugott-Wahlen mit dieser Aufgabe betraut? Oder hat er das selber entwickelt? Ist das auf seinem Mist gewachsen? Man hat natürlich schon in der Zwischenkriegszeit aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs gewisse Überlegungen gemacht. Wie könnte man den Boden der Schweiz besser nutzen? Aber Friedrich Traugott-Wahlen hat tatsächlich mit etwas popperndem Herzen, wie er selber sagte nachher, seine Rede herausgenommen. Er hatte eine Ersatzrede, die sehr konventionell war und nicht so revolutionär, ebenfalls in der Tasche. Hat dann aber wirklich das Konzept entworfen, ohne seine vorgesetzten Stellen beispielsweise in Bern zu informieren. Und hat gesagt, wir müssen uns steigern. 183.000 Hektar Land, das wir bebauen, reicht nicht. Wir müssen 504.000 Hektar haben. Und die Leute, die ihm da zuhörten, die Bauern, die Landwirte, was war das für eine Gruppe, die sich hier versammelte? Das war ein elitärer Verein, würde man vielleicht heute sagen. Das waren also nicht nur einfach ganz, in Anführungszeichen, einfache Bauern, sondern viele Bauernpolitiker oder auch Leute, die sich wissenschaftlich mit der Landwirtschaft befasst haben. Also es war eine bäuerliche, eine landwirtschaftliche Elite, die hier im Saal versammelt war. Und der hat ja sein Konzept entwickelt im militärischen Jargon der damaligen Zeit, fast wie ein Rütli-Rapport der Anbauschlacht. Er hat nämlich gesagt, wir haben einen Generalstab, wir haben Offiziere, wir haben Unteroffiziere und Soldaten. Generalstab und Offiziere sitzen in Bern, das ist die Verwaltung, die Landwirtschaft, auch in den Kantonen, diejenigen Leute, die das organisieren müssen. In den Gemeinden haben wir die Unteroffiziere, das sind die Ackerbaustellenleiter und dann die Bauern sind Soldaten. Hilfskräfte aus der Industrie kommen dazu, also gewissermassen der Hilfsdienst und der Frauenhilfsdienst natürlich die Bäuerinnen. Und das Interessante ist ja, das Ganze war sicherlich inspiriert, meine Damen und Herren, vom Rütli-Rapport. Du hast es schon angesprochen, von General Gison, der hat ja auch im gleichen Jahr stattgefunden. Wir haben darüber gesprochen in unserer Sendung auf dem Original-Rütli. Muss man sich das in dieser Art und Weise vorstellen? Da dieser Friedrich Traugott-Wahlen, dann die Landwirte und er in der Pose eines General Gison, der hier gleichsam die Befehlsausgabe, den Widerstandsgeist auf den Äckern der Schweiz predigte und auch einforderte. Ganz so kann man es nicht sehen. Wahlen konnte natürlich nicht kommandieren. Wahlen musste überzeugen. Und das hat er gemacht. Er hatte ein warmherziges Wesen. Er war kein kalter Technokrat. Und er war ein geschickter Politiker. Jedenfalls war er nach wenigen Wochen neben General Gison wahrscheinlich die populärste Figur in der Schweiz. Denn er hat den Menschen gezeigt, wir können etwas machen, wir können uns wehren. Er hat auch ausdrücklich gesagt, es geht bei dieser Anbauschlacht um die Unabhängigkeit und die Freiheit unserer schönen Heimat. Das Beeindruckende ist ja, wie du das geschildert hast, dass die Initiative hier von einem Einzelnen ausgegangen ist. Nicht vom Chef, nicht vom Bundesrat, nicht von irgendeiner ganz hochrangigen Figur, sondern die Initiative ist gleichsam aus der Mitte des Volkes oder der berufstätigen Fachleute gekommen. Etwas ganz speziell Schweizerisches. Das kann man sagen. Bundesrat Stampfli, der zuständige Volkswirtschaftsdirektor, der sehr fähig war, hat aber bei dieser Idee gewisse Probleme gesehen. Er wollte es bremsen, hat aber dann gespürt, im Parlament eine riesige Begeisterung und vor allem in der Bevölkerung. Er kann da nichts entgegensetzen. Die Menschen wollen jetzt sich auf diese Art verteidigen und selber ernähren. Was war das Konzept der Anbauschlacht? Was hat er ganz genau gefordert? Und das ist ja dann auch eingegangen, wenn man so will, in die Populärmythologie der Schweiz. Alle Familien haben etwas zu erzählen von dieser Anbauschlacht. Es gibt da zahlreiche Anekdoten. Was war genau sein Konzept? Er hat gesagt, in der Landwirtschaft können wir nicht mehr vornehmlich Viehwirtschaft betreiben, Milchwirtschaft, obwohl das eigentlich lukrativer war. Er hat gesagt, intensiv ernähren können wir die Menschen mit dem Ackerbau. Wir müssen Getreide anbauen, wir müssen Kartoffeln anbauen, daneben natürlich auch Gemüse und Obst, aber hauptsächlich Getreide und Kartoffeln. Und das ist ihm gelungen. Im Zuge dieser Anbauschlacht hat man den Getreidebau verdoppelt, den Kartoffelanbau verdreifacht und den Gemüseanbau vervierfacht. Das sind schon eindrückliche Zahlen. Gab es Widerstand von Seiten der Bauern? Gab es Widerstand von Seiten der Politik, der Gemeinde? Die Schweiz gilt ja als die bestorganisierte Anarchie. Da ist es nicht so einfach, einfach durchzuregieren. Wie sieht es dort aus? Gab es Widerstand gegen Wahlen am Anfang? Es gab durchaus Widerstand, weil eine Rationierung, die natürlich auch damit verbunden war. Man konnte nicht alles einfach frei mehr einkaufen, sondern man musste gerechterweise einteilen. Die Familien mit vielen Kindern mussten mehr Marken haben als jene ohne Kinder. Das hätte man sonst natürlich nicht verstanden in der Schweiz. Auch der Widerstand bei den Bauern war nicht ganz unerheblich. Denn natürlich konnte man mit der Viehwirtschaft mehr verdienen. Und denken wir an die Berggebiete, da war es auch nicht ganz einfach umzustellen und den Boden intensiv zu bewirtschaften. Aber schliesslich haben die einsichtigen Bauern und vor allem ihre Führer in der Politik gemerkt, mit diesem Konzept können wir die Landwirtschaft über die Kriegsjahre hinaus retten und ihr ein sicheres Fundament geben. Was es, glaube ich, auch noch gab, war, dass andere Flächen zweckempfremdet wurden. Mir hat einmal ein Kollege erzählt, ein Fussballplatz der Sportsektion Nordstern in Basel sei zum Kartoffellacker umgebaut worden. Ich glaube, auf der Sechseleutenwiese in Zürich. Auch dort wurde angebaut. Was sind da vielleicht ein paar anschauliche Beispiele, die diese kollektive Kraftanstrengung veranschaulichen? Ja, in der Tat sind natürlich solche Bilder von einem Sechseleutenplatz, der umgepflügt wird. Und rundherum diese grossen Geschäfts- und Mehrfamilienhäuser, das waren natürlich wichtige Zeichen, dass man es ernst meint. Und die haben auch Sicherheit verströmt. Auch vor dem Bundeshaus wurden Kartoffeln angepflanzt. Und wie gesagt, viele Fussballfelder, auch die Industrie hat sich beteiligt. Zum Teil Villen, Schlösser und so weiter. Da wurden Parks umgewandelt. Also das war eine grosse Bewegung, eine grosse Begeisterung. Man hat auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet. Also man hat nicht nur die Ernährung, eigentlich das Wesentliche sichergestellt, sondern es war auch eine Art Motivationsleistung. Die Schweizer haben sich dort als Volk gemeinsam in eine Art Euphorie hineingebracht, in eine Widerstandseuphorie. Kann man das so sehen? Oder war das, ich meine, es waren sehr schwierige Zeitumstände. Wie würdest du die Stimmung beschreiben, diese Begeisterung oder eben diesen Patriotismus, diesen Anbaupatriotismus? Ja, es war ein Teil der geistigen Landesverteidigung. Und man hat gespürt, man kann etwas machen, man kann zupacken, man kann den Bauern helfen. Für die Bauern war das natürlich auch ein grosser Auftrag und das war sehr anspruchsvoll. Aber zum Beispiel hat auch ein Migroschef und Gründer Gottlieb Duttweiler sofort das Marketingkonzept durchschaut, dieser Idee und hat in Zehntausenden von Exemplaren den Plan Wahlen populär gemacht. Und tatsächlich ist das dann auf den Trams gestanden, man hat Inserate gesehen, man hat Fahnen gedruckt und so weiter. Also es war wirklich, wie du sagst, eine Euphorie. Man wollte hier zupacken. Und Wahlen? Wurde er zum ersten Superstar der Schweizer Politik? Er war ein Superstar, könnte man sagen. Er war damals politisch noch nicht so aktiv. Er wird dann 1942 Zürcher Ständerat ohne jeden Wahlkampf. Er wird gewissermassen in dieses Amt getragen und wird dann auch Professor für Pflanzenbau 1943 an der ETH. Und später geht er dann an die UNO-Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation, zuerst nach Washington, dann nach Rom. Das ist dann aber erst 1949. Aber nochmals, die Sache war anspruchsvoll und er hat berechnet, dass 3000 Kalorien pro Mensch genügen muss. Und schliesslich kam er sogar auf 2200 Kalorien. Das ist ausserordentlich wenig und man hat damals wenig dicke Leute gesehen. Noch einen Moment bei Wahlen verweilen. Das war ja noch eine andere Schweiz, auch eine andere Politik, eine andere Publizistik. Heute haben wir uns gewöhnt, es gibt den Personenkult in der Politik. Das war früher nicht so. Der Bundesrat, auch eher eine wirkliche Kollegialbehörde, noch nicht diese Egozentrik, auch der Selbstaufplusterung in der Politik. Gab es da auch Neid, dass dieser Wahlen da zu einer politischen Überfigur wurde in der Schweiz? Wie muss man das beurteilen? Erstaunlich wenig. Er war nicht eine Persönlichkeit, die den Neid herausforderte, weil er ist auf alle sehr freundlich zugegangen. Er hatte eine väterliche Art und wie gesagt, er war im Zivilbereich eine Art General, aber eben ein Ziviler. Er hat auch den Marcel-Benbois-Preis dann 1943 bekommen. Das ist die höchste schweizerische wissenschaftliche Auszeichnung. Interessant ist, dass er nach seiner UNO-Karriere dann in den Bundesrat gewählt worden ist, als Vertreter, als einziger Vertreter der BGB, der SVP. Du hast auch ein Buch geschrieben über die Geschichte der BGB. Welche Rolle spielte Wahlen in der Geschichte der BGB, SVP? Er war sicher eine wichtige Figur. Er war nicht ein Parteibüffel, er war nicht ein Parteikämpfer. Er stand gewissermassen auch ein bisschen über diesen Scharmützeln und Grabenkämpfen. Er wurde aus Rom gewählt als eben überparteilicher Kandidat, könnte man fast sagen. Er hat obsiegt gegen einen anderen Berner. Er ist ja dann als Berner in den Bundesrat eingezogen. Ende 1958 hat da zuerst Justiz übernehmen müssen, hat ihn nicht so gefreut. Volkswirtschaft schon etwas besser, aber richtig aufgegangen ist er eigentlich in der Aussenpolitik. Interessant, das ist ja auch heute ein ganz wichtiges Thema. Wir haben in Bern auch viele Sitzungen jetzt natürlich im Zusammenhang mit diesem Krieg. In der Ukraine, die Schweiz in den Stürmen der Weltgeschichte, der Bundesrat mit der Frage der Neutralität konfrontiert. Heute ein heiss umstrittenes Thema. Was waren die Akzente vom Bundesrat Wahlen in der Aussenpolitik? Wahlen hat von sich selber gesagt, er sei natürlich vom Herzen her aufgrund seiner internationalen Erfahrungen ein Internationalist. Aber überall, wo er hinkam als Schweizer Aussenminister, hat er gesagt, Ja, ich sehe, wir sollten da mitmachen und dort mitmachen. Ja, ich sehe, die Neutralität ist für euch ein Problem. Aber wissen Sie, über mir steht ein Chef. Und das ist das Volk. Und ich muss das tun, was das Volk will. Und das Volk hängt an der Neutralität. Das Volk hängt an der Unabhängigkeit. Darum kann ich als Bundesrat nichts machen. Und das hat vielerorts beeindruckt. Und das sind Töne, die man heute vom Bundesräten nicht mehr hört. Dass sie sagen, in der Aussenpolitik ist das Volk entscheidend. Ich darf mich dazu gar nicht äussern. Meine Meinung spielt keine Rolle. Wir haben eine völlig andere Situation. Heute sind die Bundesräte sozusagen die Cheerleader der Aussenpolitik. Die muss man wieder einfangen von Seiten des Volkes. Sonst rennen sie davon. Sonst rennen sie über die Grenze. Ein Paradigmenwechsel. Ja, Wahlen hat natürlich noch gewusst, was oben und unten ist. Auch aufgrund seiner landwirtschaftlichen Erfahrung. Er hat gesagt, wenn die Bauern nicht mitmachen, die sind das Wesentliche, dann kann ich meinen Plan vergessen. Also unten in Anführungszeichen ist eigentlich oben, was unten passiert, ist entscheidend, auch bei dieser Anbauschlacht. Also ein Bundesrat im Dienst des Volkes, im Dienst des Chefs, der eben nicht gedacht hat, er selber sei der Chef, sondern das Volk ist der Chef. Wenn wir eine Summe zu ziehen versuchen, ein Fazit. Was ist geblieben von Friedrich Traugott-Wahlen? Was ist geblieben von der Anbauschlacht? Wie muss man die aus heutiger Sicht beurteilen? Und welche Spuren hat das vielleicht auch hinterlassen in der Gegenwart? Der Plan Wahlen beinhaltete natürlich Meliorationen, Trockenlegungen, Rodungen. Das hat die Landschaft verändert. Heute würden die Grünen wahrscheinlich sagen, es ist nicht entscheidend, wie viel wir da anbauen, sondern wir müssen Bächlein haben und Sümpfe und Hecken. Das war damals nicht das Problem und das Thema, sondern eben möglichst viel anzubauen. Und was ist geblieben davon? Vielleicht die Erinnerung, dass die Schweiz weder Kartoffeln rationieren musste, noch Gemüse. Das ist eigentlich eindrücklich. Auch das Obst wurde nie rationiert. Ich glaube, das ist der einzige Staat in Europa, der im Krieg das nicht tun musste. Auch dank dem Plan Wahlen. Was aber sonst geblieben ist, wenn wir es ganz kritisch sehen, und das müssen wir ja auch, eine volle Autarkie in der Ernährung ist nie erreicht worden. Man kann streiten. Da waren es 70 Prozent, da waren es nur 60 Prozent, da waren es doch 80 Prozent. Zu Beginn des Planswahlens waren jedenfalls 53 Prozent noch Ernährungsautokratie. Und später war es dann sicher entscheidend mehr. Man hat die Ackerfläche verdoppelt in diesen paar Jahren bis 1945. Aber ganz autark waren wir nie. Wir hatten immer Zufuhr von Nahrungsmitteln. Vielleicht noch eine Frage in diesem Zusammenhang, dass die Bauern, die Landwirte, sind ja quasi durch diesen Erfolg der Anbauschlacht sozusagen zu Recht als Helden der Schweiz gefeiert worden. Sie haben die Ernährung sichergestellt. Das hat ihnen natürlich eine grosse Macht nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Stichwort Subventionen. Hat sich das am Schluss als Segen oder Fluch für die Landwirte erwiesen, dass sie da quasi auf den Pantheon gehoben wurden? Oder hat das dann den staatlichen Einfluss im Gefolge dieser Anbauschlacht auf eine auch kontraproduktive Art vergrössert? Der staatspolitische Einfluss der Bauernsame war schon gross Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Weltkrieg war vielleicht fast ein Glücksfall für viele Bauernfamilien. Bei mir sind beide Grosseltern Kleinbauern gewesen. Und mein Vater und meine Mutter haben oft erzählt, dass ohne Krieg sie wahrscheinlich darben hätten müssen. Also das war eher für die Bauernfamilie ein Vorteil, dass sie eben selber pflanzen und anbauen konnten. Aber insgesamt würde ich sagen, nach dem Krieg ein Vorteil. Auf die Dauer vielleicht war diese Bindung an den Staat etwas schwieriger. Aber man weiss, in der Schweiz kann man halt ganz einfach ohne entsprechende staatliche Vorschriften nicht produzieren. Da würden wir überfahren. Ich spreche aber auch nicht für eine Autonomie, das ich vorher Autokratie nannte. Nein, die Autonomie, glaube ich, ist heute nicht sinnvoll. Die anderen Länder müssen auch die Chance bekommen, uns über den Preis wirtschaftlich zu unterbieten und eben billiger zu produzieren. Bananen können wir auch nicht anbauen bei uns. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch einen gewissen Wettbewerb in der Landwirtschaft haben. Und was man sicherlich auch sagen kann, glaube ich, jetzt aufgrund auch deiner Schilderungen, dass diese Anbauschlacht und die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs den Schweizern vor Augen geführt hat, wie lebensnotwendig eine Landwirtschaft ist für die Ernährung und dass in kriegerischen Zeiten eben die Versorgung nicht sichergestellt ist. Wir haben es gesehen auch bei Corona, als plötzlich die Lieferketten versagt haben. Wir werden es jetzt vielleicht, hoffentlich nicht erleben mit diesem Krieg in der Ukraine. Also was für die Amerikaner die Flugzeugträger sind, sind für die Schweizer die Bauern. Eine kriegswichtige Industrie und deshalb ist man auch bereit, sie finanziell zu unterstützen, über alle Parteien hinweg. Das ist heute so, die Verfassung und auch die entsprechenden Gesetze sehen diese Stützung vor. Sie sehen aber auch eine produzierende Landwirtschaft vor, dass man eben zum Teil tatsächlich anbaut und Produkte verkauft im Wettbewerb, dass man andererseits für die geleistete Arbeit in der Landschaftspflege auch entschädigt wird und entlöhnt wird. Das sind dann die sogenannten Subventionen, wobei ich dieses Wort nicht gerne höre. Lieber Christoph, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank sowohl für die Auskünfte wie auch für die Aufmerksamkeit. Das war Meilensteine der Schweizer Geschichte über die Anbauschlacht, über Friedrich Traugott-Wahlen, den Architekten dieses schicksalshaften kollektiven Leistungsexpois der Schweiz im Zweiten Weltkrieg in stürmischen Zeiten. Wir hoffen, dass so etwas nie mehr nötig sein wird. Wir wünschen Ihnen trotz den sehr beunruhigenden Umständen ein schönes Wochenende. Geniessen Sie noch einen letzten Blick in den fantastischen Zunftsaal zu schmieden. Nächsten Samstag sind wir wieder für Sie da und am Montag geht es dann wieder weiter mit Weltwoche Daily. Bleiben Sie auch auf unserer Website mit vielen interessanten, aktuellen Berichten zur Lage. Insbesondere auch Kurt Pelda, unser Kriegsreporter in Kiew, in der Ukraine. Sicherlich eine der interessantesten Stimmen in dieser ganzen fürchterlichen Auseinandersetzung. Machen Sie es gut, eine schöne Zeit und spätestens bis am nächsten Samstag. Wiedersehen. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020